Jack, der Bootverkäufer. Auf dem Südpier findest du ein... Wir müssen uns lassen. Wir können nichts. Möchtest du trotzdem vorlesen? Ja, ja. Ja, auf dem Südpier findest du einen Bootverkaufsstand. Als du näher kommst, erscheint ein Krokoman hinter der Theke und sagt Hallo Reisender, wenn ihr ein Boot haben wollt, um hier durch den Sumpf zu kommen, hier habe ich den besten Laden der Gegend. Ich bin Jack, ich verkaufe... Achso, ich bin Jack, ein Verkäufer, der mit der globalen Händler Association verbunden ist und ich habe immer die besten Preise. Nun ja, wie man halt so sagt, der Preis eines Bootes ist 800. Bisa, hast du mir gerade Geld zugeschmissen? Warum war ich da? Warum soll ich das gewesen sein? Weil ich nicht weiß, wie es geht. Also wie viel Geld habt ihr noch? Ich habe 131. Das reicht nicht für 500. Also du hast gesamt 131, nicht nur mit einem. Ich habe insgesamt 131. Ja, dann reicht es nicht. Ich habe jetzt 0. Ja, dann reicht es nicht. Dann... Ja. Dann hat sich die Frage erübrigt, wir gehen in die Spinnhülle. Dann gehen wir nicht zu dem... Oh, Herrgott. Average. Wenn wir es schaffen, können wir 30% teilen. Ja, aber wir machen eh die Rast danach. Also nicht machen? Ich habe halt Angst, wir sind halt alle lowlife. Ja, ich weiß. Nicht wirklich. Und ich glaube, die Challenge wird so schon hart genug. Okay, dann nur so. Das ist schon mal Heilung. Das ist schon mal gut. Und schuld. Und dieses komische Tor. Ja gut, aber das Gute ist, da ich jetzt meinen Zug beende, ist da eine Effekt eh schon nichtig. Oh, ich weiß. Aber die anderen kommen davor. Okay. Schilde dich so... Schilde dich so gut, wie du kannst. Okay. Nein, schilde dich. Wer ist denn als nächstes dran? Spinnenmann. Bleib weg, Spinnenmann. Ja, bleib da aber weg. Keine Ahnung. Ich habe immer Angst gemacht. Ja, er greift dich an. Oh, was ist denn das für ein Effekt? Oh. 50% weniger Agier, hierher zu schießen. Okay. Okay. Das ist zum Kotzen. Ich habe natürlich kein Ding bekommen. Mhm. Also Holy ist gegen die meisten gut. Was? Mit Holy Damage bist du gegen die meisten gut. Ja. Kann ich ja dann gleich einen raushalten. Er möchte aber in seine Karten gucken. Wer? Also ich brauche es nicht unbedingt. Ach so, bei deiner... Na ja, bei mir den Magier. Dann mache ich mir lieber eine Barriere. Ja. Die Sache ist, mache ich Barriere? Oder haue ich jetzt einmal ordentlich Schaden? Hau den Spinnenmann oder den Moskito. Dann haue ich den Spinnenmann. Den Spinnenmann. So. Eine Magierin. So. Das gibt nicht wirklich viel. Nee. Jetzt aber umsonst. Ja, Cold Sparks ist umsonst. Das ist richtig. Immer auf den Spinnenmann. Brauchst Schild. Du brauchst Schild. Alle brauchen Schild. Ah. Das Problem ist halt, dass die Spinnen nochmal dran ist. Ja, die kriege ich aber nicht weg. Ja. Das bringt mir nichts. Gib mir selbst nochmal Schild. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott. Oh, Herrgott. Das geht schon wieder los mit dem Ganzen. Ja. Ja. Sie halten den Moskito. Solange sie noch nicht auf den Heiler gehen, ist alles gut. Okay. Gib irgendwen den Karpfen. Den Karpfen kriegt der Heiler. Genauso wie die Magie. Damit er Heilung raushauen kann. Ja. Geh wieder auf den Spinnenmann. Spinnenmann. Hier. Split Stings. Feuer. Spinnenmann. End. Aua. Oh, Wolf. Halt bitte durch. Sechs Schild habe ihn auch. Ich tue erstmal Dispellen bei dir. Okay. Und dann kriegen wir alle ein bisschen Resistenz. Wo gehen? Ich habe keine Ahnung. Gegen was ist das nochmal? Ich meine, die greifen. Machen meint. Ja, nee. Bringt nix. Das bringt nix. Das Problem ist, ich kriege halt nichts kaputt. Kannst du mir noch die Barriere geben? Kann dir die Barriere geben. Aber ich bräuchte es eigentlich auch. Ja, dann gibst du dir. Ich werde es schon irgendwie was. Ich bin in der nächsten Runde dran. Also ich könnte den Spinnenmann eventuell hinbekommen. Wenn du den Flash machst. Ja, könnte ich machen. Ja gut, kann ich immer nochmal. Wolf, du bist vor mir dran. Ey, ich baue auf dich, dass du mir Schild zurückgibst. Okay. So, ich guck mal in die Spinne rein. Die ist als nächstes. Und ich guck in, wer ist es danach? Der Moskito ist als nächstes danach. Den kann ich nicht auswählen. Nö. Dann guck ich in den Spinnenmann. Nö, dann guck ich in den, der ist als nächstes. In den Elementar. In den Elementar. So, das will ich erst mal nicht. Aber. Ja, eigentlich, das Vergiften ist am besten, wenn du es gleich in die Spinne haust. Weil das kann dir egal sein. Ja. Ich kann so viel Block haben, wie ich so will. Ich spür, das Gift muss rein. Gift. Sehr gut. Immer schön giften. Hast du einen Doppelzug jetzt gehabt? Ja, wie es hat sich beschleunigt. Ich habe eine Fußfessel. Ich habe eine Fußfessel. Ja, so kann das weitergehen. Wer will seine Karten reinschauen? Huch, ihr spielt ja immer noch. Ja, wir spielen immer noch. Also, ich würde gerne den Heiler. Immerhin den Heiler, bitte. Okay, Heilung. Ich weiß, was du wegschmeißt. Das Tor geht weg. Das bleibt da. Heilung, Heilung. Bleibt alles da, der Rest. Das war aber gut. Dann habe ich das eine Ding schon mal nicht. Hm, du hast den Deepak schon mal überhaupt. Das ist super. Und ja, wir spielen immer noch, Lumi. Ja, Lumi, wie geht es dir? Und wir entschuldigen uns nicht für dieses eine Lied. Nein. Lisa, du musst doch beenden. Wir haben alle mitgesungen. Alle haben gegrölt. So, Spinner, überlebt. Wolf, überlebt. Bitte. Mein Vater überlebt. Sehr gut. All Heroes. Ich sehe da, was da steht. All Heroes. Mir geht es gut. Wieso? Ich wollte nur wissen. Au, 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 au. Wolf, ich versuche alles. Ah, Blutung in Heilung umwandeln. Ich sehe es genau. Oh ja. Aber das, ja gut, kann man dem Wolf geben, der drei. Ja, es hält aber. Ja gut, wobei, jetzt ist es ja du auch. Aber dafür hast du jetzt Feuer bekommen. Das ist okay. So, der Heiler kriegt wieder das da. Und wir machen wieder ein Blitzy. Blitzy! Oh Herrgott, das macht alles nur, nur wenig. Blitzy! Und wann hat die Dame einen Hasen? Seit wir auf der neuen Map angekommen sind. Ja. Da haben wir einen Hasen gekauft. Einen echten Hasen. Einen falschen. Och, nicht schon wieder. Also ich habe auch eine. Ich stelle ihn nicht so an. Wolf! Wolf! Ja, ich komme mit Heilung. Detoxi, Detoxi, Detoxi. Ja, detoxiert erstmal den Wolf. Und dann 100%. Das gibt 10, das gibt 28, 16. Wir geben dir 28, Wolf. Danke. Hier. Hey, überleg mir doch mal, ob ich nächstes Mal wieder Tanks spiele. Ja, nochmal 8 für dich. Es gibt nur noch 3. Nee, jetzt müssen wir nochmal austeilen. Ja, jetzt kannst du, du kannst auch die anderen noch heilen. Was? Es gibt ja nicht mehr viel. Die Dinge, die ich die Karte gibt, hätte ich am Anfang spielen müssen. Ja. Die gibt nur Vollhandkarten auf der Hand. Deswegen, das war dumm. So. Ähm. Ähm. Der Spinnmann ist fast tot. Mach den Spinnmann weg, bitte. Das ist okay. Ja, der Hase macht was. Und zwar, alle zwei Runden bekommt die Dame einen Speedboost. Richtig. Hilft mir noch nicht so viel. Bin nicht schnell genug. Soll ich den Spinnmann mal erledigen? Ja, mach ihn weg. Danke. Ich hätte dich defeated, ja. Also kannst du immer noch, Kurt. Defended dich defeated. Die wollen mich defeated. Ja. Ja, machen sie auch. So, was habe ich dir denn in diesem Gift weggenommen? Ist schon wieder da. Aber ich stehe noch. Ich bin zu stark. Au. Au. Ich kann gar nicht so viel heilen, wie ihr kaputt geht. So, das ist wieder der Global Rain. Ja, gut. So. Ja, ist egal. Schau mit. Hier regnet. Wir lassen es regnen. So. Heal. Magierin. So. Weiter Heal kann ich nicht mehr. Habe ich kein Geld. Hatt ich aber doch vor nicht. Du würdest den Ring nicht machen sollen. Der hat null gekostet. Ach so. Normalen Heal auf irgendwen. Ja, ich bin am überlegen, Wolf. Ob ich dir den auch gleich mal wieder reindrücke. Oder dir. Du kriegst am meisten davon. Du kriegst zehn. Das ist richtig. Ich krieg zehn. Oder ich greife jemanden an. Aber der bringt mir nichts. Lisa und Magierin sind auch dran. Heil dich. Putz, einmal bitte was trinken. Äh, machen wir. Du hast nämlich schon lange nichts mehr getrunken. Lisa. Do it. Exklusiv. Sawblade. So wie? Ah. Da ist beide ist tot. So gut wie. Er blutet dann. Jetzt hat der Hase Speed gegeben. So. Oh. Waffe. Wir wollen Feuer haben, oder? Feuer. Feuer. Miam, miau, miau. Und einen Karpfen. Karpfen. An mich. Eigentlich müsste ich ihn mir selbst geben. Ja, dann friss ihn selber. So. Feuer. Auch auf mich. Äh. 20. Oh, 20 ist gut. Könnte die Spinne weglachen. Nee, die Spinne stirbt sowieso. Die Spinne stirbt so oder so. Okay, dann hole ich mir erstmal eine gute Karte. Warte mal, ich habe noch vier. Ja, ich hole mal eine gute Karte. Äh. Oh. Oh, 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 oh. Hook and Shuffle it into your deck. Oh, das klingt lustig. Ich, ich sehe es so schrumpft. Scheiße. Such dir eine dieser drei Karten aus und wähle sie ins Deck. Ach, ich nehme die. Such dir eine dieser drei Karten aus und wähle sie ins Deck. Ach, ich nehme die. Ich suche eine der drei Karten aus. Ich sage es ja, am Ende hat Hutze gar kein eigenes Deck mehr. Ich brauche kein eigenes Deck. So. Nimm er den oder nimm er den? Mach den Moskito tot. Mach den Moskito. Den Moskito kriege ich nicht tot. Du hast noch einen Frostbolt. Scheißegal. Ah, du hast recht. Ich habe noch einen. Reicht. Ja. Echt. Schön. Au. Als nächstes habe ich gehört, Bisa wird geheilt. Ja. Ja. Er ist jetzt der Lost. Ja, das ist in Ordnung. Deckmonster, Frontmonster, alle Monster. Viele, viele bunte Monster. Oh. Der Wolf kann auch so nicht ganz kallen. All Hero. Mir scheißegal. All Hero. Ja, ja. Ihr kriegt alle von mir Schild. Dafür habe ich es ja gekauft. Ich gucke jetzt erst mal in die Bibliothek. Ob es was Neues gibt. Speed. Electric Radio. Ja, dann gucken wir doch mal. Guck mal in die Mitte, die Karte. Discover 3 Curse Bail und shuffle sie into your deck. Ja, aber ich kriege. 16 Feuerschaden. 20 Damage kriegst du dafür. Nimm ich. Ist mir egal. Nimm ich. Ja, weil wir noch nicht genug zu heilen haben, oder was? Ja, kein Problem. So. Hier. Wir machen nochmal richtig. Richtig. Jetzt drehen wir auf. Gib ihm. 17. Na, 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 na. So, end of turn. Visa? Du musst noch aushalten, bis ich dran bin. Du bist dran. Guck mal. Ganz viel heil. Ja, ich kann ganz viel heilen. Du kannst nur einmal heilen. Aber das Problem ist, du hast ein Dieb was bekommen. Ja, ich sehe gerade. Benediktchen auf Visa. Ja. Ja. Auch wenn sie viel ist. Ich kann dir auch das Riesenschild geben. Vielleicht bringt das mehr. Geht auch. Geht auch. Dann kannst du in der Nix Runde. Dann kriegst du das Riesenschild. Spielt. Und Spielt. Spielt. Und kriegst du noch ein Schild? Nein, kriegst du nicht mehr. Nein, hör auf doch, den zu werfen. Jetzt schildert er sich auch noch. Okay. Visa, jetzt kann ich dich heilen. Ja. Hier. Heilung. Also bin ich froh, dass danach die Rast kommt. Kommt sie? Ja. Ja. Danach kommt sie. Und dann gucke ich, was er macht. Und weil ich noch mehr wissen will, gucke ich noch mehr, was er macht. Die nächsten sechs Karten sehen wir. Egal, irgendwas, mach es, tue es. Sechst, loodung ist gut. Wenn wir den die Runde nicht tot kriegen, kriegen wir eine schlechte Belohnung. Also du musst ihn jetzt diese Runde irgendwie töten. Isst den Fisch. Hey, gehst den Fisch. Okay, es kommt wirklich ein guter Zauber. Aber der reicht nicht. Ah. Dann kriegen wir eine schlechte Belohnung. Ich kann aber den noch versuchen. Der ist am Weg drunter erst. Ja. Ja, stimmt. Bring next. Dann heil lieber irgendwen. Heil, Bieser. Heil, Bieser. Dann hab ich drei Feuer. Dann hast du drei Feuer. Aber du hast fünf geheilt. Das macht es wieder gut. So. Den Feuer, den krieg ich da auch noch. Ich will trotzdem reingucken. Und ja, ich gebe den Schutz ihm. Ich gebe den Schutz mir selbst. Wie das? Ja, klar. Nein, mit mir selbst den Schutz geben geht. Nein, den Gegner. Bieser, bring ihn wir uns um. Tö den, tö den. Wenn nicht, bringe ich ihn um. Nimm Gift, nimm Gift. Immer Gift. Gift uns gut. Gift Freund. So, jetzt reicht's. Ja. Du hast aber nicht so viel Schaden, Wolf. Doch, es reicht. Ja, er kriegt ja 16 Flutung. Ah, stimmt. Wenn er dran kommt. Wenn er dran kommt. Kommt er nicht. Ich will nochmal dran. Dann kommt Feuerball. Niemals. Ich will den langsam leiten. Ich will den langsam leiten sehen. Ja, gut. Ja. Schön. Okay. Ich nehme die Shards. Ich nehme die Heilung. Die Heilung ist wichtig. Das ist alles egal. Hauptsache Heilung. Oh, damit mache ich Blutung, Gift und... Oh, das ist schon cool. Es wie bei mir fast. Gift. Die Clarity. Also, Healung. Oh, geil. Ich kann mit dem... Das ist cool. Wir gehen zur Rast Arena. Wir gehen zur Rast. Wohlverdiente Rast. Ja. Du hast die Lande der Echsenmänner und Grokomänner hinter dir gelassen und bist auf dem halben Weg zum Obelisken. Das Areal vor dir sieht noch gefährlicher aus. Du kannst sehr viele Spinnenweben und Tümpel voll Gift sehen. Es scheint, dass es ein guter Ort ist, um hier erstmal zu rasten. Wir rasten. Mhm. Ich bin sicher frisch. Wir fühlen uns so frisch. Giftige Zone. Yay. Hart. Wir machen keine Challenge. Nee. Wir sind noch zu schwach. Wir brauchen erst bessere Karten. Aber wir haben noch drei Gegner. Du hast doch heizt uns doch, oder? Das ist egal. Du hast doch heizt uns doch, oder? Immer muss ich. Blutung. Äh, das verliert auch noch ein Energy. Hab ich auch. Und Gift. Und Gift. Und Gift. Und Gift. Und Gift. Und Gift. Das ist schön. Haben wir schon Gift gesagt. Und Gift. Barri, ich hab doch erst elf. Barri, ich hab doch erst elf. Barri, ich hab ja noch mehr Resistenz. Stimmt. So, dann gehen wir, wir gehen voll auf den Spinnen, Mann. Will den loswerden. Der kann also am meisten, am meisten Gift ausgeteilt. So, Blitzi. Blitzi, Blitzi. Blitzi, Blitzi. Und, äh, ich geb mir Selbstheilung, weil ich, äh, äh, Kilt, weil ich am wenigsten hab. So. Wer kriegt das Detox? Wer hat das meiste Gift auf sich? Ich. Freu's. Ja. Dann, äh, hab ich gehört, kriegst du das wohl. So, dann kannst du jetzt aber mal mit heilen anfangen. Also, mach doch mal was. Ähm. Würde meine Dame Heilung geben. Ja. Mach das. Und, äh. Wenn du noch dabei bist, kannst du doch bei mir genau das wegmachen. Genau, du kriegst nur das da. Ey, ich bin auch nicht mehr vergiftet. Sehr gut. Barriere oder Heiligen Schaden? Geh mal noch mal ein bisschen, ich sollte sagen, immer noch ein bisschen Schaden. Nochmal auf den, auf die Spinni. Keine Güte, ja. Weiter vergiften. Mehr. Mehr. Gib ihm mehr. Er soll auch noch bluten, die Sau. Das geht aber nur auf die Spinne, wenn ich auf den Spinnen mache. Ist egal. Auch bluten. Ich hab sowas von vor's Schienbein treten, auch wenn es keins hat. Das hat bestimmt ein Schienbein. Eins von den Skeletten, das in dem Schleim wohnt. Ja, ich hab mir so gedacht, ich hab so viele Messer davon. Da kannst du auch mal ein Messer auf null kosten und da downcraten. Da hast du mal Waffen. Da hast du grad mal ein ganzes Schild gefressen. Ja. Ja. Und du hast wieder hier... Juhu. Bin ich gar nicht mehr anders gewohnt. Nein, der hat sich geheilt, der Sack. Hat aber auch gleich wieder... Er hat sich nur um acht geheilt. Oder Karpfen. Ja, Karpfen, Wolf. Hier, Schmackofas. Danke sehr. So, der Magier kriegt wie immer das... Also der Heiler kriegt wie immer die Dinge. Warte mal. Ich blute nicht. Blutet jemand von uns? Nö. Doch, der geht noch. Ja, super. Na, dann machen wir hier so. Zack. Äh, Feuer. Ah, warum hat der jetzt so viel Heilung? Verteidigung, meinst du? Verteidigung. Aber die geht auch nicht runter. Entweder du greifst die Spinne an... Oder du haust einfach drauf. Du kannst auf... Du kannst auf dem Schleim machen. Der Schleim hat 20... 16, meine ich. Aber ja. Bringt nix. Das hier bringt mir nix. Dann hier, Wolf. Kriegst noch ein Schild. Danke sehr. Ja. Bitte. So, Heilie Mac Heil. Ja, kann heilen. Nächste Heilung ist super. Ja, er hat ja gerne die 28. 28 für den Wolf. Und mitnehmen. Hier. Möchten sie auch noch das große Schild haben? Weiß ich nicht. Beim letzten Mal hat er mein 50er Schild gefressen. Ich weiß nicht, ob ich Schild überhaupt ertragen kann. Wir können ja mal gucken, wann er das wieder macht. Wir gucken mal ein Schleim hier rein. Das Problem ist, ich hab nichts anderes. Ich geb dir das. Dann soll doch jemand noch mal 8 heilen. Dann kann ich noch mal heilen. Ja, warte mal. Wer ist denn noch weit unten? Ich. Ja, komm, dann kriegst du noch 8. Na. Danke. Tschüssi. Oh, da wollten wir es langsam. Äh, ist da gerade eine Spinne dazugekommen? Ja. Der ist sie. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber sie ist da. Oh nein. Und die Spinne ist das einzige Ziel, was ich angreifen kann. Okay. Ich möchte Heilungssachen. Ich lass an... Möchte jemand anderes reingucken? Weil ich kann dann eine Karte ziehen. Das find ich ganz gut. Den Holy Smite will ich, glaube ich, nicht. Ich möchte auch keine Barriere. Ich möchte eigentlich nur den ganzen Heelzeug haben. Also, wir machen so. Äh. Ja. Flakeshot vielleicht? Oder du machst halt den Burning Shot. Der macht dir ja extrem viel Schaden. Dann ist die ja noch weg. Du kannst die hier nicht angreifen. Oh, Leute. Ich finde das nicht gut, was da gerade passiert. Ich brauche... Elektro-Waffe. Elektro. Elektro-Waffe. Zum mitnehmen. So. Öp. Elektro. Ähm. Soll ich mal die Spinne wegmachen? Die Vordere. Ja. Ja. Kann ja eh nur die Vordere angreifen. Äh. Dann warte. Warte. Äh. Warte mal. Ich kann hier noch... Benutze doch den Feuerball. Stimmt. Dann kannst du den Geysir für den Spinnenmann benutzen. So. Ey, das Problem ist, ich müsste eigentlich das auch wieder ihm geben. Ja, oder du machst das. Kannst du auch machen. Wurste ich machen, weil sonst... Wir brauchen den für die Heilung. Wir brauchen den für die Heilung, leider. Transformblutung. Ich habe keine Blutung. Keiner von uns hat Blutung. Trinkt nix. Weil meine Magier hältst du uns nicht mehr durch. So war es elfgift. Ja, aber ich habe auch nur 33 Leben. Ich weiß. Ihr habt alle über 50 noch. Ja, haut ruf aufs hintere. So. So. Natürlich ist nicht das gekommen, was ich will. Okay, hier kann ich... So. Erstmal meine Magierin heilen. Von der Karte ziehen. Oh, das heilt... Okay, das macht Wasser. Wasser war ja nicht schlimm, du greifst noch mit der Elektro an. Ja, das wollte ich also sagen. Das ist in Ordnung. Ähm... Ja, das heilt doch auch. Ja, das Problem ist, ich müsste das auch auf meiner... Ja. So. Ich könnte einem richtig viel. Oder ich haue alle drei kleine... Ne, zwei kleine raus. Bei einem könnte ich sogar nochmal ziehen. Vielleicht kommt nochmal was zum Heilen. Weil das war ein Schubi... Damit wäre halt der Spinnenmann halbtot. Ja, wir hauen das auf uns, Spinnenmann. Ihr macht den schon platt. Ich baue auf euch. Aua. Ich habe leider nur Frontnunster. Ja, das bringt nichts. Dann Hit and Run. Ja, so ist auch Frontnunster, Scheiße. Ja, ne, ich würde sparen. Spare einfach, damit du nächste Runde vielleicht mal ein bisschen mehr hast. 11. 14. Okay. Wolf, du hast wieder gewonnen. 16. 19. Ja, das Problem ist... 21. Äh... Du bist... Nein, du bist nicht tot. Ja, mein Taunt. Okay, vielleicht hätte ich das Ding, was ich dir gegeben habe, doch mir selbst geben sollen. Mein, meinem, äh... Mein Heiler. Damit ich... ...sachen wegschmeißen kann, um auf das, äh... Umwandeln zu kommen. Oh, bitte, bitte. Oh, erst mal gebe ich dir... Naja, ist egal. Gibt's dir trotzdem. Äh... Äh... Oh... Überleg grad. Haben wir wieder so eine blöde Spinne da vorne dran. Ja. Okay, wir brauchen deinen Damage fürchtig. Ja, ich weiß. Guck nur gerade, ob das andere reicht. Ja. Ja, 8 und 8 und 9. Ja, das reicht. Das machen wir auch so. Man könnte es für den Frostbolt auf den Spinnenmenschen... Ja. Dann ist der nächste Runde tot. Das Problem ist, ihr geht es gut. Allen anderen nicht. Mir geht es auch relativ okay. Okay, Wolf. Ja, ich bin gestorben. Wolf, du lesen noch hier. Marco Fatz. Mehr kann ich nicht geben erst mal. Das ist leider nicht das rausgegangen, was ich wollte. Ich habe dir diesmal gegeben. Mehr ging nicht. Ja. Mehr hatte ich nicht. Problem ist, ich bin auch bald tot. Mit dem Heiler. Er hat nicht mehr viel. Wieser, du musst das tun. Oh. War das doof? Ja, er hätte es den... Manöver davor machen müssen. Ja. Dann habe ich jetzt aber wenigstens Schild noch mal. Saubleibs, die geht durch, oder? Äh, was? Ja, gut. Ich war am überlegen, ob du das Gift, das große Gift für die Spinne hinten nehmen könntest. Weil die ist nicht im Mund. Die sind im Mund. Die hinten nicht, oder? Nee, die ist nicht im Mund. Die hinten war nur die ganze Zeit nur immer unsichtbar. Problem ist, der Wolf überlebt das nicht mehr. Wolf, stoppt jetzt. Ja. Ja, ja. All Heroes, bitte. Soll ich nicht vorher noch zuschlagen, bevor... Ach, ist egal. Damit könnte vielleicht mein Heiler noch überleben. Hast du zwei davon. Kriegen wir die irgendwie wieder los? Nee. Boah. Okay. Ähm. Überleg' grad. Aber in der nächsten Runde hast... In der nächsten... Nächsten Versuch hast du ja die Möglichkeit, dann den Schweinchen zu spielen. Okay. All Heroes. Äh. Hm. All Heroes draw one. Das ist gut. Das ist gut. Nimm ich. Okay. Ich hab noch drei. Wenn du den Feuerball schmeiß' ich auf den. Dann kriegen die anderen wenigstens auch noch was mit. Ja. So. Ich muss mich selbst heilen. Greater, hier. Den kannst du für dein ganzes Mana benutzen. Ja. Mach' ich auch. Brauch' ich. Ach. Wunderbar. Und wir gucken... In den weiter rein. Oh. Dieser... Zerschneizse. Sehr gut. Oh, dann ist es zurückgekommen. Ja, weil es drei Gegner antrifft. Ja, anders mal Kraut noch drauf. Ja. Wenn du den nächsten Mal irgendwas mit schießen hast. Gut. Oder mit deinem... Oder mit deinen Fällen. Ich kann noch zwei sagen. Ich mach' das. Oh, nein. War nicht so gut, wie ich mir das dachte. Na gut. Äh... Vorne oder hinten? Mach' wir den vorne. Der Schlamm ist... Der Schlamm ist am schlimmsten. So. Das Problem ist, ich schmeiß' den jetzt einfach raus. Mir egal, weil er... Er verbrennt sich und er kommt mir andauernd und er bringt mir nix. So. Ja. So. Jetzt. Oh. Äh... Dispel. Hier. Dispel. Ja, aber die Sache ist... Nein, hier. Nein, hier. Okay, mein Gift ist weg. Damit kann ich ein Bisa halt normal heilen. Ja. 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 Er kann ja nicht. Was auch immer Bisa grad sagen wollte. Ich hab's nicht gehört. Ich glaub' sein... sein Sound-Bot... ... ist wieder gestorben. Möglich. Ach, ich hasse es. Mich immer auszustöpfeln. Warum machst du sowas? Keine Ahnung. Weil meine Füße da immer hinkommen. Gift hinten. Ja, Gift hinten. Gift hinten. Ja. Ich geb dir Schild. Schild ist gut. Gift hinten. Ja. Hat sich doch was gedacht. Ich versuch' dich noch mal zu heilen bis dahin. Jo. Alles gut. Wenn ich's überhaupt noch brauch. So. Ich hab' gehört, ich mach' Gift hinten. Mhm. So, die ist weg. Das ist gut. Und dann kannst du den Geysir vorne benutzen. Freu' ich nicht. Wir müssen... Ja, bitte auch. Der reicht auch, der da. Ja. Der krieg' ich noch mal Schild. End of turn. So. Was krieg' ich noch an Heilung raushauen? Äh, mich einfach heilen, damit ich diese scheiß Spinne da auch kaputt machen kann. Oder? Du machst die Spinne kaputt. Ich glaube, ich kann die Spinne auch kaputt machen. Aber heilen solltest du, Bisa, auf jeden Fall. Ja. Ja, das Problem ist, wenn ich... Wenn ich... ... ihn jetzt heile... ...ja, wohl, ist egal. Ob ich jetzt mich heile oder ihn heile. Ich bin halt jetzt gleich tot. Willkommen im Club. So. 25, 29. Hier, 29. Da der Boom. Da waren es nur noch drei. Bisa, kriegst du beide runter? Sehr gut. Ja, theoretisch schon, ja. Und Wacktel? Auch. Weil jetzt kommt der Blutungsschaden und... Plumpf. Sehr gut. Oh. Gott. Schön, ich bin wieder da. Ja, du bist wieder da. Du bist wieder da. Performance pur. Ja, da stimme ich zu. Brrrr. Okay, die sind alle nicht gut, diesmal. Bei der Magierin. Da habe ich neben den sieben. Den sieben Eis. Ja. Oder die Heatwave. Dann halt weg. Ich denke, magier nix. Nö. Okay, was hat der? Discover three healing spaces and a place into your hand. Oh, das ist gut. Das ist echt gut. Oder... ...sechs angreifen und zweimal repeaten. Dann 18 schaden. Heilige. Heilige Magierin. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich möchte... ...möchte durchsuchen und mir... ...heilige Karten, also heile Karten holen. Heilige Heilkarten. Aber eine Frage. Wie lange wollt man noch? Ja, die Frage ist, kann man speichern? Das ist tatsächlich die Frage. Ich wollte gerade gucken. Was ist, wenn ich hier... Was ist, wenn ich hier auf Exit drücke? Ich habe Angst, draufzudrücken. Your current... Your current process will be saved. Are you sure you want to exit? Ja, dann... ...wenden wir an der Stelle mal. Wir sind ja auch nur kaum so am Sterben. Boah. Also... Ich will jetzt nicht sagen, dass dieses Spiel... ...ganz schön anstrengend ist, aber ganz schön anstrengend. Das ist nicht einfach. Nee. Ja. Vor allem irgendwann hast du... Jetzt weiß ich auch, warum du... Ah, Wolf, ich weiß, wie du deine Karte loskriegst. Du hast doch die Kirche. Nee, habe ich probiert, geht nicht. Nein. Das ist... Das ist eine permanente. Eww. Das ist die Strafe dafür, dass wir gestorben sind. Wow. Irgendwann hast du so viele von denen im Deck, dass du gar nicht mehr spielen kannst. Ja, und dann musst du den nächsten Run starten. Ich gehe mal davon aus, es ist nicht gedacht, dass man das Spiel innerhalb von einem Run komplett durchspielt. Die Frage ist, wenn du dann einen Run hast, startest du aber wahrscheinlich wieder mit dem normalen Starter-Deck. Ja. Oder hast du dann schon ein verbessertes Nein? Nein, aber du hast Karten freigeschaltet, die du dann von Anfang an kaufen kannst. Ah, okay. Ja, das ist wohl wahr. Na gut. Good game. Aber... Schöne Spiele. Ja. Ja. Also, es macht Spaß. Ich bedanke mich dann bei allem fürs Zusehen, bei euch fürs Mitspielen. Ja. Das war der erste Teil vom ersten Run in Cross the Obelisk. Nächste Woche... Weiß ich nicht. Geht's weiter? Geht's nicht weiter? Wieser? Äh... Ich glaube, Wieser. Ich hab's mit Schicht. Alles klar. Dann geht's wahrscheinlich übernächste weiter. Nächste Woche wird wieder gewaschen. Richtig. Weil der Hutz ist noch grün hinter den Ohren. Also. Daumen nach oben nicht vergessen. Nails Kommentar schreiben. Wie findet ihr das Spiel? Und wir sehen uns, wenn's dann weitergeht mit Across the Obelisk. Und was ihr sonst noch so bei mir kommt. Wie Isaac nur anders. Ja, wie Slay the Spire nur anders. Das richtig. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Tschüss.